Wie ist Israel die Realisierung einer Vision, die ein Wiener Jude formuliert hat, nämlich der der Herzl, der eine Vision gehabt hat und der auch gearbeitet hat und die durch brutale Ereignisse in Europa, vor allem durch das größte Menschheitsverbrechen der Weltgeschichte, der Shoah und dem Holocaust, besonders dringend und notwendig geworden ist. Und dass es gelungen ist, in diesen sieben Jahrzehnten die Möglichkeiten, die landschaftlichen Schönheiten zu nutzen, aus Israel einen modernen, demokratischen Staat zu machen, der mit sehr viel Innovationskraft und Freude und Veränderung sich behauptet, im gesamten Staatenverbund ist etwas, wozu man besonders gratulieren kann. Wir blicken in Wien immer mit besonderem Interesse auch auf die Neuerungen, die es in Israel gibt, vor allem im Bildungssystem und auch in der Verbindung zwischen Wirtschaft, Bildung und Wissenschaft und sehen, mit welcher großer Innovationskraft und Veränderungsbereitschaft hier Schritte gesetzt werden. Nicht ohne Stolz wissen wir, dass es viele aus Wien stammenden Juden gelungen ist, in Israel auch Bekanntheit zu erlangen, wie Teddy Kolek beispielsweise oder auch Ariad, der ein ständiger Botschafter war zwischen unseren beiden Ländern. Ich freue mich sehr, wenn die guten Verbindungen weiterhin ausgebaut werden können und möchte noch einmal ganz herzlich gratulieren zum 70. Geburtstag und allen Menschen in Israel für die Zukunft. Vor allem Frieden und Glück wünschen. Masseltof! Wie ist Ihrjenierter für die Zukunft? Untertitelung des ZDF, 2020